Wow, what the? So kann man auch irgendwie flot machen. Das war gerade so buggy. Kann ich mal sagen. Noch eben ohne Fahrschein. Ah, da sind noch schon ausgewachsenes Gags. Okay, wir flassen das Auto jetzt. Der Nahtarm hat auch keinen Saft. Genau. So. Scheiße, du bist wieder. Von wo? Ach, von da oben. Ah. Komm, ich weiß, ich krieg auch noch. So. Scheiße. So. Jetzt. Abflug. So. Schrotzer. Aber die bringen uns nicht viel. Ich will schon das Gag hin. So. So. Dein Pech. So. Okay, jetzt müssen wir erstmal hier. Reinigen. Irgendwo. So. 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 Wo geht jetzt lang? Ach, hier ist noch einer. Ach, hier ist noch einer. So. So. Wo ist das Ding jetzt denn da hinten hin? Turbine aktivieren. Turbine aktivieren. Turbine aktivieren. Turbine aktivieren. Da 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 da. Muss ich da hoch? Ja. So. Okay. Wir gucken uns ein bisschen buggy vor hier. Okay. Turbine A aktiviert. Und Turbine B. Die ist da höher. So. Turbine B. Oh. Oh man. Der Scheißlauf dabei. So. C ist da hinten. Aha. So. C, 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 C ist hier. So. Und hier muss ja auch irgendwo das Logbuch sein. Vielleicht Tennis. So. Äh. Versteckt hab ich hier. Badlands. Und hier hinten. Ach, wer oben ist. Glaube ich. Hier ist keiner mehr. Okay. Okay. schlumpel da naja wir werden jetzt erst mal nach hier oben gehen weil das kauf der tagebuch gewesen oder mit uns gäste sehr schön hallo da ist das super ach hier drin war genau so noch zwei machen machen da muss die kiste da ist und auf geht's so jetzt wechsel ich kann nur auf spazen super man wir nehmen es auf einen spazen auf k schnapp schnapp jetzt haben sie einen Spannhalt, würdest du da haben Jupp jetzt hat sie einen Spannhalt oh oh so ok so, fehlen noch zwei AHHHHH da so aufgebladen nach rechts und eigentlich mal ist das immer gut da müsste man drauf aufpassen dass die manchmal Sachen sparen lassen wie hier zum Beispiel schöne Waffen in der Regel hier ok und los geht ähm wo müssen wir lang kann ja mal grad die abgeben noch irgendwo hat die scheiß Locks scheiß Locks so jetzt muss man ja Gesundheit so AHHHHH sofort Gesundheit fertig machen so ich glaube fertig machen so so kleines kleines medikit kleines medikit platz super verkaufen 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 alles verkaufen alles Müll alles Müll alles alles scheiß die man nicht braucht kann anschauen naja egal so kann man hier ach komm kann man schon oder ist besser dann kann er weg so äh wo muss man hin dopo steckte uhr badlands ach ich bin aus dem schützenplatz ich bin auf dem schützenplatz gelandet so o-kay da bin ich würde es muss man hat wirklich unterbrechen so fast alle dinge zusammen mit der munition vorbeigesprungen wie scheiße doch hier in die karre andere war da gerade eben zurück ok 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 ober rechts gesehen habe da oben so schön ok da weiß ich wo ich hin muss wo das scheiß ding ist scheiße Okay, der hat glaube ich irgendwas Gutes, lassen wir noch mal rankommen. Ich darf den Stopp machen, ich komm, schön rankommen lassen. Okay. Was hat er denn Gutes hier? Sniper Money, eine SMG, eine SMG, weiß der was, ich will die mal auslauschen, schauen wir mal die SMG hier. Oh well, wir müssen sehen wie wir mit dem Ding geklaut sind, wo war jetzt nochmal das scheiß Ding, ah ja, hier zwischen Ölfässern, genau. Nehmen. Und Abflug. Ich würde es gern, Skratdrehung und Abmarsch. So. Hey, 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 hey. So, jetzt. Was haben wir als nächstes? Schock Kristaller, du hast, ne, wir haben ja auch wieder neue, wir haben wieder neue Missionen verfügbar. So, wir haben ja jetzt nur einen Schock Kristaller ernt, ne. Ah ne, Slash, 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 Stinges haben wir noch, da kommt man eigentlich. Wow. Gut, noch Slash, Stinges waren wir noch vorher, oder? Machen wir da noch Pause. hat es für ihren kumpel verfuttert okay kommen wir uns noch die mission da manche keine pause gerade weil ich muss gerade noch weg hat sich dazu ergeben so okay dabei die müssen wir eine nächste folge machen untergeben so dann würde sagen sehen wir uns entweder gleich wieder oder in der nächsten folge von let's play ball stadt